Danke, dass wir die Abend überfolgen dürfen. Was kaufst du heute für uns? Eine Suppe, was in Richtung Vietnamesisch geht, was ich gerne ist. Eben mit Gemüse und Kokosmilch und Schaf mit Peponcino. Und gestern habe ich meine Nummer ausgedenkt, wie sie heißt. Bruce Lee. Wieso? Ich bin so nett.